St Jumann der Alex in den Staaten herzbekommen mit dem Video heute kommt eine weitere Folge der FIFA 18 Trainer Karriere Modus mit dem 1 ätchen der Wolle mit gleich an mit dem Spielplatz und aussieht jetzt das Spielenden Bordeaux dann haben wir spielen und dann noch die nächste Freiburg und Marseille ja wohl nicht die Spiele machen könnten wir können Bordeaux und simulieren und Freiburg und Marseille spielen als Bordeaux Bordeaux ist ein mit Streit momentan oder sollen wir doch Bordeaux was er ist aber auch vorne dabei eine gute Frage noch Freiburg ist immer auch wichtig aber ich gehe auf die Konzern die die schon wichtig vor der Beitrag zu sein aber die ist die Europäische ich finde ich eigentlich was noch wichtiger ich vertraue meine Mannschaft dass sie auch hier bestehen können in diesem Spiel wenn wir spielen natürlich auch wenn wir auswärts sind dass wir gleich noch Punkte mitnehmen können und die nicht das Minimum weil sie wäre natürlich schon schön dann wir sind wir haben das einst nur gemacht mit ihm und weil ich das einst also da das ist schon gewesen nach mit dem Ziel kommt das endlich sind die Kölner zu finden dass sie noch ein Punkt mitnehmen können wenn es in der Führung ist im Moment an 6er klar wurde aber ja noch ein Spiel weniger aber wir nehmen noch Europa-League ein Wort hat sich für daran bleiben weil sich nicht mal die Hinderung vorbei hatte jetzt lang haben wir gibt sich ein Ende zu haben ist schon Dezember und Dezember beziehungsweise nach zu Hause und dieser Mann dabei das Spiel ist schon in fünf Tagen und da brauche ich eine Topmannschaft die Werte schaffen zu Hause gehen rund nein die anderen machen den Tor zu hause also zu hause da kann man schon mehr warten er kommt jetzt kann ich gegen zu Hause gegen Norden verlieren nein zu Hause gegen Norden Uiuiuiui kein Dusel oh wir sind ja schon weiter das ist auch nicht schlecht wovon ich bin ja schon weiter das ist auch nicht sicherheitlich doch Topmannschaftsorientierung genau wie ich das gewusst hätte im letzten Spiel dann machen wir es halt jetzt aber wenn schon ein wenig hier wird heute geschont das für Marseille ja aber wir können schon den schon dann etwas ich will schon etwas schonen für Marseille aber immer noch eine Mannschaft die um ist nur drei Tage ja da müssen wir das ist klar Marseille ist sehr ist viel wichtiger nehmen klar diese Mannschaft auf dem Overmeang da brauchen wir den Marseille ein Top-Overmeang da können wir ein die Uni nehmen wir gar nicht mit da wo können wir da noch brauchen und wozu man da ist auch zu gut haben wir dann recht korteiliger der da und der kommt schon rein und der muss eben weg am besten ist aber können wir auch gut brauchen Karo 4 wird nicht aber auch wer der ist ist in der Mitte dann gucken wir noch noch und dann nehmen wir jetzt dafür die und sonst eigentlich bei wie wieder so machen wir keine spiel die nächste freiburg zu hause in etien 5 weichen jahre noch nicht Nibli ist gut da wie die wichtigsten Spiele aber immer noch eine gute Mannschaft auf dem Feld aber was heißt Masse ist eine Ligie spiellich gehen und verloren haben in dem Bordeaux nur ein und hier und haben müssen wir natürlich machen da haben nur bekommt heute in Europa liegt man die Chance sind zum Kiebchen mit ihm gemacht hat ich hei die ein paar Spieler hat sich ein der 1.5 für den Wettbewerb egal sie sind von Jürgen Koppel für Marke Okay, da habe ich noch Zeit, aber da habe ich mir heute nicht, weil es hier für uns nicht mehr um viel geht. Auf der Seite noch geht es um das letzte Spiel, in der Krippenshase, in der Europa League. Oh, I'm still here, that's so delicious. Oh, that's so delicious. You haven't. Oh, I've got the one to go. Okay, we go. oh auf der fähig ist im Oh, schwingte mal. Bamba, 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 bamba. Ay, Fela. Das war schön gemacht. Ah, Freiber kommt auch nicht aus. Dieses Spiel ist eigentlich keine Bedeutung mehr. Fela sind gesteckt. Flau fünf Jahre. Flau fünf Jahre. Flau, blau fünf Jahre. Ja, aber acht Jahre. Flau, zwei Jahre, bis die zehn Jahre sind. Flau-Nurinn, bis die fünf Jahre sind. Flau, drei Jahre, bis die zehn Jahre sind. Die drei Jahre sind da. Flau, so, so, dass die Diener waren, sie haben, die acht Jahre schon gesagt. So, sie waren, die drei Jahre sind, sie haben, nicht zu wenig gepflegt. die Welt ist nicht das Problem gewesen und zu viel geht aber nicht mehr auf immer immer hier spielen im Schnee man würde nicht zu spielen die Spiele nicht heute werde ich nicht für mich die Spiele die 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 Staten die 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 nicht und bei mir nicht möglich und stimmten im und so haben uns und nun werden bereitet auch nicht schon pausen auch nicht schlecht gleich weiter ein schilder Urlaub der Leine Lauf der Leine und auch jetzt flucht durch die Wälder nur bequem naja und mit dem Spannert 1 und durchspielten und aufgrund von durchhalte das hat diesen Ball Klaffingen mit dem Kunde mit Köln allein die Schmerz nicht mehr Ah, man hat es gleich gemerkt. Ah, und da ist das Tor. Oh, du hast den Tor. Du bist so, ich bin. Oh, du bist so. Oh, du bist so. Das ist so. Oh, du bist so. die Kini Leiden kommen die Krufer nicht 4 nicht gut Untertitelung des ZDF, 2021 mit hier ist die ich bin ich und wenn man ein machen so ein baller mussten aufgelenkt ja 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 und ich j лег hier hey ja 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 Eieiei, einfach Glück. Ich drehe noch einmal auf. Die Schwaben, eieiei, da nicht. Die Badener, drehe noch einmal auf. Ah. Aber jetzt, die Badener, schiebendet mit einer Niederlage. Na, aber. Ich bin nicht, ich bin nicht mehr gegangen. Da können wir uns die vier Köln. Lippig Masseille. Können wir den Sieg wieder Bordeaux überholen und Handel dran sein und dem Fall an dem heutigen Gegner Lippig Masseille. Du hast es aber rechtatten. Ich bin Bienen und findest du bei den Lim Filter. Ich habe mich nicht mehr gesehen. da kommt der Kastner da für die Skinner da wollen aber heute mal auf einer keine Flügelposition von normalen ZM in dem Augenblick in ZM ein die kann er spielen die so 2 die Lund bei der Unkürtel die Poppoket die beiden hier hier 4 wir haben die Richtung 4 1 3 4 aus der Ebene E-Mail wir wollen auch bau schau sie das ja da war es drinnen war es wie ein Tumor schönes Zürich hat uns gebraucht von Befreiungsschlag von Köln reinten oder auch wo die die anstürzungen Wir haben jetzt hier auch gekriegt. Ja, da steht hier zwei Tonnen. Jawohl, das ist 12 zu 0. So perfekt. Zwischen 20 Minuten gehen wir schon mit 12 zu 0. Und das wird eine Startphase B. Nicht zu unserem Mund, eigentlich. Aja, jetzt. Ja, Wellfahrt. Oh, 3.0. Gibt's ja nicht jetzt komplett in die Fahrt. Es lauft es plötzlich. Also wir haben den Fuß hin gehalten, weil sonst wäre der Ball rausgegangen. Wir haben jetzt die Hände genommen und verwidern. Eine Ballerobelung und so wieder geht's vorwärts. Hier geht's vorwärts. Nein, nein, weiter weg von. Ja, 4.0. Das ist Mielo. 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 2.0. 4 Tone. 3.3 ま aber der wird wieder von unserem Spieler aufgehoben und jetzt für dieser Spiel nimmt Hamouma mit Hamouma mit Balls was ist hier los? 5 mal was ist so unglaublich jede Chance geht 1 von hier rein wir haben glaube ich gut zumattrückt auch das ist mir noch das geht mir auch dicht und zu mir da dann ist der da der da nein da war er auch ein wenig gewinnen aber ich glaube dass der eigentlich ankommt die lüriß der ne jene die 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 um Nürnberg so macht man das so spielt man Fußball doch ja der ist wirklich zu tun wie gefährlich für das die Tücher nicht mehr die Tücher nicht mehr für ein 6 zu 0 zur Pause kann Olympia nicht mehr viel machen bleibt nicht mehr viel zu tun kann das Resultat man und Ich bin der noch kein Wessel. Ich bin der einen guten Weg. Ich bin auch gleich das Tor. Ich habe es nicht gekriegt. Ich habe es nicht gekriegt. Ich habe es nicht gekriegt. Das war's für heute. mit finanziert mit Telekom der Möglichkeit aber auch Fett ja komm machen Jetzt machen wir was für was Ideen haben wir aber noch. Ja. 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 Schluss was ist es gibt Leitungen für die Kursche wollen da kann ich nicht ah 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 hin mann dann ich bin dann nach dem Ball leider nicht machen weil ihr eine Grundmöglichkeit oder wir suchen nein fiel die Wäsche noch ein weiterer kundin wichtiger ohne mit seit der halbzeit mit und über den sieben Klau auch natürlich noch mehr ausfüllen können auch letztendlich natürlich zufrieden keine Spiele wo sie sogar vierte und haben immer noch ein Spiel weniger nicht schlecht nicht Rausburg sind die gut oder nicht gut in letzter Kutter machen wir die Simulation noch mit dieser Mandat und hoffen noch auf Punkte und dann sind wir dann am Ende dieses Videos und die 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 nicht die Kette Mouli über die Position 2 wie das nicht nicht mehr vorgehen als Monaco das wie gleich ein Knoll aber gut Montan Zweiter klar hat sich noch zwei Spiele weniger mit dem und das war dann mit dem Video ich habe es hat nicht gefallen und ja bis zum nächsten Mal schön Heuer alle die Haube